Brown Chicken Aha War jetzt nicht die Beute, die ich erwartet hätte? Mit dem kann ich nichts anfangen Mit dir vielleicht Nein Okay Resources Das ist doch blau, kann ich damit Munition machen? Kann ich Handkern Ammo 24 Schuss, damit kann ich arbeiten Ich kann kaum glauben, dass ich so gut war diesmal Ich meine, es hat sehr geholfen, dass ich Mich kaum habe Eingrenzen lassen, also in die Enge treiben Nur wenige Male Aber hier war ich schon Ich will die Leichen abschauen Ich weiß nur nicht, wo ich Da hinten ist was Gunpowder, sehr schön Ich kann mir auch vorstellen, dass mich die Schwierigkeitsgrade ein Stück weit gerettet hat Dass ich es runtergeschraubt habe, also dass es einen großen Unterschied macht Perse das Was soll ich denn mit den ganzen Perse das Und ich habe nie herausgefunden Zumindest bis jetzt noch nicht Äh Was dieses seine Teil da, wo man auf Die Schulter von jemandem klettern soll bedeutete Also hier habe ich definitiv nicht gekämpft Ich habe wirklich Angst, dass sie gleich wieder rauskommen Dann habe ich den Salat Händ kein Ammo Was ist los? Hä? Okay, ich bin in der Kuh Das klingt falsch Okay, 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 okay Was ist damit? Irgendwie kann man da rein Wahrscheinlich über die seine Stelle Wo dieses Egal, erst die Karte absuchen Nach Leichen und so Also wo Könnte ich sonst noch Loot finden? Ich kann mir nicht so gut merken, wo ich überall gewesen bin Aber das sieht so aus, als wäre ich da noch nicht gewesen Stimmt auch Okay, das gibt mehr Munition Aber ich würde es noch nicht benutzen Handgranate Die hätte ich früher brauchen können Nichts übersehen Sind das Maiskolben? Gunpowder Irgendwo könnte auch noch ein Schlüssel sein Ich fürchte halt, dass ich etwas übersehen könnte Oh Was mache ich eigentlich mit den ganzen Eiern? Can be used to restore some health Super Das ist super Ich sollte so viele davon sammeln wie möglich Aber Was ich jetzt alles Ah, da hinten ist noch was Wieder ein Ei Wo geht es weiter? Wieso kann ich mich nicht erinnern, wo ich schon gewesen bin? Da darf ich nicht, das ist die Kirche Das ist eine Treppe Ich kann mir vorstellen, dass das sogar mit meinem Quest zu tun hat Sie hatte doch was von einer Windmühle gesagt, oder? Eiei Okay Das hat mich ein bisschen erschrocken Hat das wehgetan? Nicht wirklich Aber ich komme da nicht mehr hoch Ich hoffe, da war nicht noch mehr Loot Ist da immer noch eine Pflanze? Spawn da Zeug nach, oder was ist los? Da unten geht es weiter Bleibt bloß drin Ich werde mich hier draußen, Susi, mit Eiern eindecken Dass ich einen Eierladen aufmachen kann Wenn das hier fertig ist Nein, also Es ist einfach so, dass ich im Moment Noch versuche, den Schlüssel zu finden Ohne großen Erfolg Zu dem einen Raum Also da war ein abgeschlossener Schrank, oder sowas Aber vielleicht hätte ich da für diesen Großen Kerl mit der Kettensäge besiegen müssen Dass er das getroppt hätte Kann ich mir vorstellen Was ist damit? War ich da schon drin? Nein Ich glaube nicht Ich glaube, ich hätte mich erinnert Wenn ich Eine Treppe Treppe hochgegangen wäre Handkernamo Ein Spinell Ist das ein Edelstein? Es sieht aus wie ein Edelstein Handkernamo Wie viel Schuss habe ich denn jetzt bitte? 44 Wieso glaube ich, dass ich die auch brauchen würde? Aha Holt Das Hätte man sich da drin Verbedekatieren können? Hm Gut, dann schlage ich ein Buch auf Und Mach erstmal hier Pause Nein Äh Rauf mit mir Uh W 870 Oh Nice Nice Indeed Eine Handgranate Im Schaufenster Hab ich was gehört? Oder sieht das Stumm Gemussgeräusche Hier kann ich nicht rausspringen Shotgun shells Ich glaube, die brauche ich eher für Bosse, würde ich sagen Außer es macht Streuschaden, dann könnte ich sie vielleicht bei Voltover bei Gruppen benutzen Was ist los? Hast du das Spinnennetz abbekommen oder sowas? Nerd Blue Velvet Ich weiß, da stand Velvet Blue, aber Falle ich da drüben schon? Aber Blue Velvet kenne ich irgendwoher Sind die Türen alle von selbst wieder zugegangen, oder? Naja, im Moment bleibe ich noch hier oben Weil ich es kann Bringt nicht viel, oder? Okay Das bringt echt nicht so viel Ha Wir lassen Kein Fenster offen Hä? Kein Fenster geschlossen, eher gesagt Okay, ich hatte ein paar Türen gesehen Zum Beispiel diese hier Ist die wieder zu, oder? Ja, die geht wahrscheinlich von selbst zu Immer diese selbst schließenden Türen Ja, hier war die schon Ich wünschte wirklich, sie hätten keine Schließautomatik Dann könnte ich mich besser daran erinnern, wo ich schon gewesen bin Aber Bis auf Bis auf dieses Gebäude Müsste ich eigentlich alles haben Und was ich damit machen soll, weiß ich nicht Weiß ich denn irgendetwas über die Options Äh, Kontrollen, genau Kontrollen, aber das ist nur Das ist nur die Steuerung vom Gamepad Ready Knife Change Weapon Open Event Reload Interact Crouch Move Run Ich sehe hier jetzt kein Knopf, der mir sagen würde Was ich damit machen soll Okay, das war Q Vielleicht ist das für zwei Player Hat das sowas wie ein Multiplayer-Func Schon das Spiel Naja, ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag damit verbringen Das ist wohl ein Ritzel, das ich nicht lösen würde Entschuldigung Ah, ich muss den nächsten So, Mikro zurecht drücken Jetzt aber Dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen, dass ich das hier nicht aufbekomme Ist meine Zeit abgelaufen? Dass die jetzt langsam wieder zurückkommen Oder woher kommt der nette Mann? Oh Gott Das Teil nimmt ja unglaublich viel Platz weg Ich muss das irgendwo verstaunen Bei der Brief Bei der Gunpowder Craft Shotgun-Shells Aha Sechs Schuss Aber will ich das? Was ist das? Wie viele? Sind das sechs Handgranaten? Zwei Verstehe ich nicht Aber ich muss die Waffe ablegen Irgendwo Nein, nicht zerbrochenes Messer Combat Knife A knife with a broken blade Looks like it can be repaired Craft Craft Mixed herb The blend of green and red restores health almost three times as much Mach ich doch gerne Mach ich doch gerne Oder ich kann mir rot aufheben für Druster Mixed herb Mixed herb In a single Was? And increase maximum health Naja Im Moment muss ich noch nicht so viel machen Aber das wird langsam eng mit dem Platz Wegen dieser Waffe hier A 12 Gorge Pump Action Shotgun It's easy to use and study Steel build Wieso steht hier vier? Aber wenn ich sie ausrüste Ach es ist Schlott vier Nicht die Aus Nicht die Anzahl Ich verstehe Gut Aber dass der Mann jetzt nicht seine Schlüssel Fallen gelassen hat Das ist ärgerlich Naja Dann will ich hier mal Wirklich zusehen Dass ich ja Power Hühner Also Was war das M Da ist Ja ich weiß Dass da zwei Stellen sind Das eine ist der abgeschlossene Raum Und das andere ist das Womit ich nicht interagieren kann Hm Was ich nicht auf die Auf die Kette bekomme Ich meine ich kann noch mal hinschauen Aber Das bringt nichts Denn ich weiß nicht was Was das Spiel von mir erwartet Und ich kann jetzt auch nichts raus gehen Was willst du von mir? Sag es doch Ich kann nicht springen Was bedeutet das? Hä? Lass mich in Ruhe Also Karte Karte Ähm M Ich könnte Ach da ist die Schreibmaschine Alles klar Typewriter Kann ich sogar markieren Hat der Schlotzer drei Türen Locked drawer Gap in the wall Brown chicken egg Oh ok Yay Eine Gap in the wall Ich kann da nicht hochklackseln Löcher gibt es hier genug Aber er weiß nicht was wir damit machen sollen Und das was am naheliegendsten wäre Dass er einfach so über das Über den Schutt klettert Das übersteckt seine Fähigkeit Also Davor geht es weiter Warte ich hier schon? Ja Ich sehe kaputte Sachen Dann versuche ich auf gut Glück Den Ausgang zu finden Der Weg ist versperrt Also hier schon mal nicht Das sieht aus aus Könnte jetzt weiter gehen Aber Da komme ich im Moment auch nicht hin Habe ich irgendwie ein Questlog oder so? Nein Q ist wohl was anderes gedacht Tutorials Restoring Health Weiß ich Shortcuts Register Shortcuts Aha Stimmt eigentlich Ich könnte zurücklaufen The Map Hunter's Lodge Und einen manuellen Speicherpunkt anlegen Bevor ich hier noch ewig lange herumlaufe Und suche wo es weiter geht Und dann könnte ich das Ich weiß nicht Online nachschlagen Oder so Wieso sagt mir keiner Wohin ich muss? Challenges Doing Overtime Mission underway Und was mache ich damit Mit diesen CPs? Knife Basics Parry an enemy with a knife Kann ich nicht Ach das Das sind nur die Belohnungen Aber nicht Was ich damit anfangen kann Habe ich jetzt schon Zwei Stunden gespielt? Und hier steht was von Standard Ist das jetzt wieder auf Normal? Wenn ja Könnte ich mir was darauf einbilden Dass ich es auf Normal geschafft habe Und nicht darauf assistet Aber ich weiß immer noch nicht Wo ich hin muss Ich brauche die Karte Was ist das da? Ich glaube das sind zwei Ausgänge Ich suche sie einfach der Reihe nach ab Also Ich müsste hier links entlang Nein Und der andere Ausgang Ist dort Hier war ich schon Ich bin versucht Geschlossene Türen Nochmal zu überprüfen Aber Naja Die Hoffnung stirbt zuletzt Das wäre so schön Wenn hier ein Schlüssel gewesen wäre Also die Messe dauert Ganz schön lange zum Glück Wie viele Eier habe ich? Vier Also Dann macht es gut Hat mich gefreut Ich bin dann mal weg Viele Rätsel und Geheimnisse Konnten Nicht gelöftet werden Aber Ist hier irgendwo noch Loot? Aber Ich habe auch nicht Lust Alles Online nachschlagen zu müssen Ich hoffe Dass es in diese Richtung Weiter geht Oh Gott Jetzt habe ich echt Ein Problem Denn ich weiß nicht Wo ich hin muss Da hinten ist mein Ziel Jetzt habe ich ein Problem Hunter's Lodge Oh da hinten ist auch noch einer Retrieve kidnapped individual Subject Ashley Graham Age 20 Sieht jung aus Daughter of US President Ach so Die Präsidententochter See photo for physical appearance Rutscham kenne ich Rutscham kenne ich Officer's badge Kenne ich Comes I route to the lake Look for a large windmill That there's a path On the farce side of it Das ist die Windmühle Oder? Right side Also Irgendwo in der Richtung Ich kann da doch nicht hin Oh das ist so frustrierend Weiter rechts ist doch nichts Gut ich sehe ein Dass das da oben so aussieht Das könnte man darüber laufen Aber Könnte es das sein Dass ich irgend wieder Auf die Auf die andere Seite muss Da oben Dafür müsste ich wissen Wie ich ursprünglich Aufs Dach gekommen war Das war ein Haus Mit einer Treppe Ich werde hier nie wieder Rauskommen Oder? Am Ende werde ich Von lauter Verzweiflung Die Kirchentür Aufmachen Oder anklopfen Um von diesem Elend Befreit zu werden Und die Gewissheit Und die Gewissheit haben Dass alles Was sich zwischendurch Aufge... Was ist hier los? Ah, du bist inzwischen ziemlich knusprig Gut Das sieht nach einem hohen Haus aus Mal schauen Das wird eine so extrem lange Folge Wo ist der Kirchturm? In die andere Richtung Wie komme ich da hin? Was muss ich machen? Gibt es hier Fallschaden? Oh, Moment Dropdown Wo war das? Komm Zeig es an Er zeigt mir das nur für den Bruchterlein Ah, jetzt geht's Also, es hilft alles nichts Ich muss anklopfen Die haben mich ausgesperrt Ich schieße gleich gegen die Tür, Leute Oh, das ist so mies Das ist so mies Dorf ist single hier Hier ist doch nichts Hier ist nichts, wo ich weiterkommen kann Was ist da oben? Was ist da oben? Wahrscheinlich nichts Halleluja Ich kann es kaum fassen Ich habe den Weg gefunden Ich wollte nur sicher gehen, dass es Hier hinten nicht noch etwas gab Okay Gib mir bitte, bitte Ein Checkpoint Damit ich weiß, dass das ganze Die ganze Suche nach Loot Nicht verloren gegangen ist Ich brauche ein Checkpoint Ach, das ist die Windmüde Und ein Checkpoint Den Göttern sei Dank Ich kann endlich eine Pause machen Das ist die Windmüde